Dankeschön. Herzlich willkommen. Gar kein Grund zum Jubel. Felix Neureuther ist verletzt. Ja, unsere Ski-Hoffnung. Ich versteh die Aufregung gar nicht. Er ist doch nur auf der Straße ein bisschen Slalom gefahren. Warum denn? So, und jetzt verfolgt ihn die Polizei. Startet übrigens beim Riesenslalom direkt nach ihm, wenn es losgeht. Egal, Hauptsache ist zur Wok-WM wieder fit. Das ist das Wichtigste.